Los geht´s! Auf die Beine! Rechen Türen auf! Rechen durch! Ja! Wer geht's hoch? Ab ihn! Ziel erfasst! Guckt nach oben! Schießt auf! Schießt auf! Schießt auf! Schießt auf! Schießt auf! Schießt auf! Ziel ist gefallen! Ziel ist gefallen! Wir haben ihn! Schießt auf! Wir werden den Stücke zerrissen! Er ist tot! Verdammte Köpfe! Krall auf den Boden! Scheiße! 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 Donut! Dich... Ah! Dich... Die Explosion hat Ihnen bestimmt das Hirn verbrannt. Andererseits zeigt Ihr Verhalten etwas, das ich bewundere. Ihr Faible für Gewalt. Das ist nicht nur Gekritzel von Verrückten. Ich glaube, dass das Botschaften sind. Komm schon, Bruder. Ich glaube fast, dass uns Ungeheuerliches erwartet. Und wieder und wieder hat uns gegründet. uns, looking for his perfect prototype, his psychic commander. He drove me, screaming to the fringes of my mind, that I was simply growing stronger, closer to mother. The new harper, arms, 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 arms... Achtung an alle Sorge! Melden Sie sich aufs Haus bei der nächsten Araken Einsatzleitung, bis Sie in eine sichere Haus, um nach der Stadt gebracht werden. Das Angehorski-Fordversorgung wird Ihre Kostversorgung übernommen. Bleiben Sieisia ruhig! Arme Ken macht ernst. Sie werden vermutlich niemand am Leben lassen. Sie können keine Zeugen gebrauchen. Ihr Magen findet doch immer ein Versteck. Also, wo seid ihr? Zeit zum Spielen, Bruder. Rastafel 6 schreibt Bravo zauber.